Mobilisation für die Hüfte, für das Becken, aber auch für den Oberschenkelknochen in der Hüfte. Der Quadratus Lumborum wird trainiert, der vierjährige Lendenmuskel und das Band muss wirklich einen starken Zug haben, das heißt möglichst weit weg gehen vom Aufhängpunkt und mit starkem Zug arbeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017